Und damit hallo und herzlich willkommen beim Weltmeister-Team Giovanni Motorsport und dem Weltmeister Gomez. Und herzlich willkommen beim Motorsport-Manager. Ja, was war das für ein Rennen? Was war das für ein Finish? Unglaublich! Ja, Gomez gewinnt wirklich knapp vor Cohen und Anthony. Es sind nur sechs Punkte und das bei doppelter Punktzahl. Es war alles möglich. Und alle drei haben die WM angeführt. Ja, sehr, sehr spannend. Diesen Rennen wohl gesehen angeführt. Das heißt, da ging es ordentlich hin und her. Solltet ihr das Rennen nicht gesehen haben, auf jeden Fall nochmal die letzten drei Folgen angucken. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Meine Güte, was war das für ein Rennen? Ja, wir sind jetzt nach dem Rennen. Wir machen die Saison Nachbereitung. Wir gehen hier einmal zur Boxenmannschaft hin, gucken natürlich, wem können wir hier brauchen und wem vielleicht nicht so. Und ja, drei Sterne. Der ist zum Beispiel Heber vorne gut. Wir können ja mal gucken. Achso, wir können ihn so oder so einstellen. Ja, wir müssen halt mal gucken, dass wir das hier so ein bisschen optimieren. Sehr schön. Hier läuft's. Ich würde ihn auch automatisch verwalten lassen. Da lassen wir den Kollegen ran. War mäßig zufriedenstellend, aber besser als gar nichts. Gomez an der Spitze von Domingo. Ja, haben wir gesehen. Gomez schlägt Anthony knapp in Kampf um die Pol. Ja, das ist richtig. Ja, Fahrzeugzustand Interview mit Eurosport. Ja, dann nehmen wir nochmal glatt an und dann Glückwunsch zum Formel 4 Titel. Was war ihr Geheimnis? Da können wir jetzt sagen, das kann man nicht an einer Sache oder Person festmachen. Das gesamte Team hat hervorragende Arbeit geleistet. Oder wir nehmen Antwort B. Es ist kein Geheimnis, dass wir zwei großartige Fahrer haben. Die sind diese Saison wunderbar gefahren. Okay, und Nummer drei. Tolle Mechaniker. Die Leute aus der Konstruktion, äh, ja doch richtig, sind einfach überragend. Oder Antwort Nummer D. Äh, seien wir ehrlich, das war alles mein Verdienst. Ich bin ein hervorragender Manager und verdiene den Riesenbonus, der bald auf mein Konto landen wird. Ja, ja, ich würde mal sagen, wir loben, wir loben, glaube ich, die Fahrer. Ich glaube, das ist optimal. Alle sind zufrieden. Es gibt keinen Nachteil. Ja, Boxenmannschaft verwalten. Wow, hier ist ein Übersicht der Leistung unserer Boxenmannschaft am vergangenen Wochenende. Wir haben letztes Rennen insgesamt vier Boxenstops durchgeführt. Unser schnellster Boxenstopp dauerte 2,471 Sekunden. Das liegt zehntausendstel hinter unserem Rekord der Saison. Ja, es ist ein Fehler passiert und es war glücklicherweise nicht gefährlich. Okay, ja, das ist doch eine klare Aussage und ich bin Champion, Giovanni. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass ich in dieser Saison einen so fantastischen Wagen fahren durfte. Da habe ich jetzt einen Satz ein bisschen verwechselt, macht aber nichts. Ich bin Formel-4-Sieger und es fühlt sich toll an. Vielen Dank auf die nächste Saison. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken. Ja, in die Verhandlungen gehen wir jetzt natürlich rein. Wie gesagt, diese Folge ist die Saison-Nachbereitung und wir schauen uns folgendes an. Und wir machen uns vor allen Dingen jetzt erstmal ganz wichtig, damit wir die Statistiken immer haben. Wenn wir mal eine Auswertung machen, speichern wir das hier einfach mal schnell. Hier seht ihr YouTube. YouTube LP soll das heißen Saison 1. Da war ich gerade ein bisschen leise. So, speichern wir. Sehr schön. Normalerweise seht ihr das ja gar nicht. Und weil ihr jetzt gleich Autosave macht, müssen wir das mal unter anderem speichern. Auf jeden Fall gibt es Rekorde zu vermelden. In der ersten Saison machen wir noch keinen Hermann daraus. Wir gucken mal, in der zweiten können wir dann die ersten Vergleiche ziehen. Und ja, eins muss man wirklich sagen, in Sachen Siegen ist Anthony ganz weit vorn. Sie hat sechs Siege. Wenn wir hier nochmal, hallo, liebes Spiel. Genau, sechs Siege. Gomez ein und Cohen zwei. Wobei Gomez hätte auch einen zweiten haben können. Der hätte Anthony nur, in Anführungsstrichen, nur fünf gehabt. Ich speichere nochmal ganz kurz unter den richtigen Namen, dass ich das nachher auch alles wieder finde. So, acht, weil der macht die Autosaves und ich steig da sonst nicht durch. Also wie gesagt, wir haben insgesamt sieben Siege in einer Saison. Das ist natürlich jetzt unser Saisonrekord. Ist ja logisch. Davon hat ein Fahrer sechs Stück geholt. Das ist Anthony. Die hat den Rekord. Und ein Fahrer hat vier Stück in Folge geholt. Das ist Anthony. sie hat den Rekord. Oh, speichern ging diesmal schnell. Ansonsten, ja, man kann ja sehen, wir haben sieben Sieger als Team. Das ist Saisonrekord oder auch insgesamt Rekord. 440 Punkte in der Formel 4 ist der Rekord, den zu schlagen gilt. Das dürfte nicht so einfach werden. 223 Punkte sind's beim Fahrer. Da ist Gomez-Team, Alter. Und hier natürlich wir. Ja, was haben wir noch für Rekorde? Man kann gar nicht so viel sagen. Man könnte hier noch auswerten. Sechs Podiumsplätze und Gomez immerhin mit vier. Und dann wenn wir jetzt gucken. Zwei, vier, sechs Stück hat auch Cohen. Also sind Cohen und Anthony die Rekordhalter in der Liga quasi. Beide haben sechs Treppchen und Cohen ist auf eins, Anthony auf zwei. Und wer sich fragt, warum ist Anthony auf zwei, wenn beide sechs, sechsmal auf dem Podium war und Anthony mehr gewonnen hat. Bei Statistiken in der Formel 1 geht es immer darum, wer sie zuerst erreicht. Und da sehen wir. In Kanada im zweiten Rennen hat Cohen das sechste Podium geholt und Anthony erst zwei Rennen später. Also ist Cohen sozusagen der Aufsteller des Rekordes. Ja, soviel dazu. Ungelösene Nachrichten, bitte was? Hart erkämpfter Sieg. Ja, also das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Der größte Vorsprung können wir mal gucken. 34 Sekunden. Ich bin mir sicher, dass das schon... Oh, hier haben wir aber auch 27. Mexikaner vor Mexikaner. Ja, aber das ist schon nicht schlecht. Das ist schon 26. Hier Anthony hat schon Dinge rausgehauen. Ja, aber es ist der Rekordvorsprung. Also der Rekordvorsprung beträgt 34,546 Sekunden. Unglaublich. Unglaublich. Muss man wirklich sagen, das Gleiche könnte man jetzt für die Qualifikation machen. Wobei ich in der Qualifikation eher den kleinsten Abstand mir angucken würde. Da haben wir 34.000. Da ist es natürlich am spannendsten 22.000. Da ist natürlich eher spannend, was eng beieinander ist. Ja. Und oh, Schumacher hat da auch eine Pool. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das Wichtigste an den Statistiken. Wir werden uns um Finanzen kümmern. Wir werden Sponsoren, naja, die können wir jetzt noch nicht machen, aber im Auge behalten. Und was ganz wichtig ist, Anthony ist Meister. Wir müssen Anthony behalten. Und hier sehen wir noch mal uns den Durchschnitt an. In Sachen Mitarbeiter und Fahrer sollten wir uns verbessern. Ja, aber Anthony hat gewonnen. Und Anthony ist sozusagen die Zukunft. Und darum Gommes. Entschuldigung, Gommes. Ich meine die ganze Zeit Gommes. Ja, also das ist schon nicht schlecht. So, aktuell sieht es wie folgt aus. Ist mir recht wichtig. Gleicher Status. Gehalt ist mir nicht sehr wichtig. Das bedeutet, wir könnten da vielleicht sogar Einsparungen machen. Ist mir nicht sehr wichtig. Wir versuchen es mal so. Jeder Euro zählt. Ich würde einen Vertrag mit einer langeren Laufzeit vorziehen. Bis Ende 2019. Wäre dann gleich gesetzt mit Anthony. Oder nee, ein Jahr länger sogar. Ein Jahr länger. Das ist aktuell. Der fährt halt ein Jahr länger als Anthony. Ist auch richtig. Sind mir nicht sehr wichtig. Aber ganz ehrlich, ich finde, jeder sollte Prämien kriegen. Aber nur für den ersten Platz. Also da haben wir ihn vielleicht milde gestimmt. Und wir sparen ja auch schon ganz schön pro Renn. Ach, das ist dumm. Ne, das ist Gommes. Okay. Ich wollte gerade sagen. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken. Und wir brauchen auch noch einen Reservefahrer. Das ist auch nicht so unwichtig. Da müssen wir mal schauen, ähm, wem wir da nehmen. Kosten pro Renn ist natürlich jetzt nicht so schlecht. Vertrag verlängern. Okay. Äh, der ist nicht so begeistert. Und wir brauchen natürlich auch einen Ersatzfahrer. Und wer jetzt sagt, naja, Pflicht ist es ja nicht. Ähm, das stimmt. Ersatzfahrer befördern. Hier kann man übrigens ihn zum Stammfahrer auch machen. Auch ein sehr, sehr nettes Feature. Und wir brauchen jemanden, der kostenlos ist. Erst einmal nur Arbeitslose. Warum geht das nicht? Hallo? Das Spielinkt. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. Alles bestens. Gerade ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, Timo Glock. Aber ich glaube, den werden wir es nicht leisten können. Ja, das ist klar. Das wäre cool gewesen, Timo Glock zu haben. Aber wahrscheinlich auch unbezahlbar. Ja, und jetzt ruckelt es schon wieder. Ich weiß nicht, der Rechner scheint im Hintergrund zu arbeiten. Es ist jetzt ja nicht das und naja, gut, die Liste ist extrem lang. Vielleicht liegt es auch daran. Denn ich wollte gerade sagen, daran kann es ja echt nicht liegen. Gut, ich würde mal sagen, wir gucken mal hier. Wem haben wir hier? Ich weiß gar nicht, aus welchen Nationen die alle sind. Wir haben auch keine Merkmale. Wir müssen dringend mehr Scouting machen. Scouting ist das A und O. Ja gut, hier läuft noch einiges. Wir brauchen natürlich einen zweiten, einen dritten Fahrer in dem Fall. Also schauen wir noch mal, gehen hier noch mal auf zurück. Ja, hier wissen wir, was uns erwartet. Und wenn wir hier gucken, ist das schon nicht schlecht. Aber Kost pro Rennen völlig übertrieben. Können wir uns gar nicht leisten. Da müssen wir ehrlich sein. Formel E brauchen wir auch nicht. Wir müssen in die Formel 4 natürlich. Und da gucken wir mal, der Kollege fährt ja sogar aktuell Rennen. Kostet 50.000. Wäre eine gute Alternative. Ja, Cone wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Obwohl auch der günstig wäre. Aber nein, Cone nehmen wir nicht. Ist im Endeffekt viel zu teuer. Wir brauchen jemanden ganz günstiges. Was ist mit Pettikoff? 71.000. Okay. Also den können wir nicht nehmen. Da war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ja, wem nehmen wir denn? Oder wollen wir ohne Ersatzfahrer auskommen? Das geht. Kann man natürlich auch machen. Wir gucken auch einmal nach hier. Ei, 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 ei. In der Formel 4. Fahrer sichten. Ja, wir können nur die nehmen scheinbar, die gesichtet sind. Und wenn wir hier gucken, sieht das ja nicht schlecht aus. Aber 50.000, das ist schon, das ist schon krass. 71.000. Also das ist mir fast zu viel Geld. Also das ist mir einfach zu viel Geld dafür. Achso, das ist unser eigener Fahrer. Auch nicht schlecht. Steht hier auch mal drin bei Arbeitslos. Was macht der Kollege? Auch 57.000. Restliche Vertragslaufzeit. Wahnsinn. Und wichtig ist ja Feedback für uns. Feedback ist das A und O. Ja, ich glaube, wir fahren nur mit, also ohne Reservefahrer. Wir hoffen einfach, dass wir da gesund durchkommen. Wir fahren ohne und machen weiter. Wollen da jetzt keinen Akt draus machen. Wir wollen natürlich auch vorankommen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. So, Simulation ist angefertigt. Fahrzeugreparaturen beendet. Wir gucken jetzt mal weiter. Ja, so können wir uns schützen. Ganz toll. Wir haben die Preisgelder nämlich mit, äh, hallo Giovanni. Mit Freunden überreiche ich Ihnen die Preisgelder für die Saison 2016. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Jean. Ja. Ja, 16,666 Millionen. Ja, das kann sich sehen lassen. Manager der Saison. Die Stimmen wurden zusammengezählt. Und der Manager der Saison ist Giovanni Motorsport. Ja, sehr schön. Das sind wir. Das läuft ja. Da wollen wir mal nicht meckern. Und Fahrer der Saison ist Fitti Paldi. Ja, verstehe ich jetzt nicht ganz, weil es gab drei Fahrer, die wirklich herausragend gefahren sind. Aber gut, das ist dann halt so. Ja, ich würde da jetzt aber keinen großen Herrmann draus machen. Wir sollten gucken, dass wir das Hauptquartier natürlich ausbauen. Aber das machen wir dann in der Saison Vorbereitung eher. Es macht jetzt keinen Sinn. Wir müssen natürlich erst mal den Wagen gestalten. Das ist auch nicht ganz so einfach. Antwort erforderlich. Gelegenheit zur Beförderung. Glückwunsch zum Meistertitel. Jetzt ist es Zeit für eine große Entscheidung. Möchten Sie in die Superformular aufsteigen? Wenn Sie annehmen, werden wir unsere technischen Experten und so mit den Regeln vertraut machen. Wir wollen es nicht. Wir hatten gesagt, wir machen das in der zweiten Saison. Pardon. Wir werden Gelder sammeln. Das ist ganz wichtig. Wir haben übrigens 21,854 Millionen. Ja, die Regeln sind aktiv. Die Regeln der Meisterschaft, über die vergangenes Jahr abgestimmt wurde, sind ab jetzt aktiv. Das können Sie natürlich darauf auswirken, wie Sie Ihr Team verwalten. Dieses Jahr gelten folgende Regeländerungen. Wechsel des Grand Prixs von Schwarzen Meer zu Peking. Das ist schade, weil da haben wir beide Rennen gewonnen. Ein langes Training, ein sequentieller Boxestop. Wer sich fragt, was ist ein sequentieller Stop? Das heißt, erst die linke Seite Reifen wechseln und dann den Wagen absetzen. Zur rechten Seite gehen, anheben, Reifen wechseln und absetzen. Und die Höchstgeschwindigkeit ist hochgesetzt. Okay, dieses Jahr wurde Condor Racing in die Formel E befördigt. Was zum Trulli Grand Prix in die... Ja, der ist abgestiegen quasi von Jano Trulli, das Team. Germany Motorport lehnt den Aufstieg in der Super-Lafon ab. Ja, okay, also da hat hier dieses KCMG, was auch ever das für ein Team ist. Das hat dann Glück. Und kann sich noch ein Jahr versuchen. Ah, die Punkte sind schon auf Null. Da müssen wir zurückgehen. Ja, da haben die halt wirklich Glück gehabt. Muss man ja mal sagen. Ja, Schweizer Team ist jetzt unten. Und wie sieht es oben aus? Die Trulli hat halt... Ja, sie haben am schlechtesten performt. Man muss es wirklich sagen. Und die Chinesen haben punktgleich mit Venturi gewonnen. Wobei sie halt mehr Siege haben und dadurch Meister geworden sind. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, und wir gucken mal. Ja, wir haben hier jetzt natürlich alles auf Null. Okay, dann können wir jetzt hier fortfahren. Vertragsangebot Gomez. Ja, ich bin da schon sehr aufgeregt. Ich hoffe, er nimmt an. Ja, unterschreibt. Er ist günstiger. Alles ist zufrieden. Oder alle sind zufrieden. Perfekt. Das heißt, die Kosten von ihm sinken jetzt von 157.000 auf nur noch 110.000. Ja, sehr schön. Da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Geld gespart. Das ist nicht verkehrt. Und Anthony. Boah, eine Million Strafe, wenn wir den Vertrag kündigen. Ja, so kann es gehen. Verlängert. Perfekt. Weiter geht's. Jetzt fängt die Vorsaison an. So, jetzt lädt er wieder ein bisschen was. Die Vorsaison. Das ist immer der Mod, der eingeblendet ist. Ja, der speichert. Ich würde sagen, das nehmen wir doch zum Anlass. Und werden, das war jetzt der Saisonabschluss. Wir werden jetzt einfach in der nächsten Folge die Saisonvorbereitung machen. und uns da auf das erste Rennen vorbereiten. Ja, ich danke euch fürs Zugucken. Wird mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Zellron. Gehabt euch wohl einen schönen Tag. Ja, ich danke euch.